so jetzt geht's ab zum ho shimin trail aber den wert will nicht runterfahren sondern hoch ist nämlich eine kleine challenge für heute normalerweise fahre ich ja so gut wie nie im vollgas modus aber hier bei sowas hat man gar keine andere wahl letzt mal bin ich da gescheitert aber im vollgas modus geht das doch perfekt hier hoch zack hier die richtige line wählen perfekt und wir befinden uns wieder auf der pur jetzt kommt ein naturbelassener trail der krank trail ist die kenne irgendwie glaube ich nur ich das ist natürlich geil okay falsche line gewählt jetzt bin ich tatsächlich auf den stock ausgerutscht wie gesagt das ist auch alles ziemlich glücklich und glatt jawoll 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 soll man hier lang fahren muss es nicht aber hier drüber sparen nämlich den weg hoppa jetzt kommt eine krasse abfeldsession ja feder alles gut banni hopp oder was oh no oh shit also ein 24 kilo bike oh ja man da brauchst du kein fitnessstudio mehr muss man auch die lines gut wählen hier ist nämlich alles verwurzelt dann ist es noch ein bisschen glatt jawoll oh rutschig rund rum so lang hopp oh das ist glatt so kitzel banni hopp drüber gemacht hopp 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 okay das war krass skinní hopp 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 Okay, das war krass, das mit dem Graben, das war unschön, aber noch gerettet, 180 mm rockt. So, jetzt begeben wir uns um die andere Seite der Puer, das heißt zum Stiefel, das ist da ganz hinten, da führt noch ein kleiner Trail hin, über die Hauptstraße. Go and go! Jeppa! Oh, Vorsicht! Alter, ich hab gar keine Bremskraft mehr! Oh, shit! Okay, das war verdammt knapp! Jawohl, crazy! So. Danke! Danke! So, Leute, ich hab mich jetzt hier hochgekämpft. Oh, shit, was ist das? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt wahrscheinlich die krasseste Abfahrt hier an der Puer. Und jetzt geht es hier runter, das Ding ist ziemlich tricky. Von daher braucht man gut Federkraft. Federkraft! Okay, mit Glück, Leute. Das Ding ist nicht ohne, ich bin es noch nie gefahren. Und der Appell war schon, der Appell war schon crazy. So. Okay, und hier muss man droppen, glaube ich. Ja, oder einigermaßen droppen. So. Zack, zack. So, jetzt wird es tricky. Das ist eine tricky Stelle hier. Muss man nämlich so fahren. So, jetzt muss man langsam fahren. Das war nicht ohne. So, genau. Und runter. Zack, zack, zack. Die Line ist falsch. Und hier runter. Hopp, hopp, ah. Jawohl. Und hier, vorsichtig, da war ein spitzer Stein. Den kann man rollen. Und jetzt runter. Hier auch. Und hier auch. Jawohl. So. Auf geht's. Wir sind jetzt oben am Stiefel. So. Irgendwo kann man springen. Moment, hier fahrs. Ein bisschen Gas geben. Und drüber. Jawohl. Oh, es geht ab. So, hier lang. Und durchs Steinfeld drüber. So, nächste Runde. Hier geht's hier vor der Karache rein. Aber aufpassen, dass keine Fußgänger kommen. Oh. So. So. so nächstes oh jonge shit ok jetzt runter was geht es hier jetzt das eng ist das eng ist das eng ist ich habe gedacht da geht es hoch so der akku das ist langsam auf rot das heißt ab nach hause dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video und das outro kommt jetzt so 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 so